Raubtiere sind jeden Tag auf der Jagd nach einer leckeren Mahlzeit. Dies führt oft zu spektakulären Verfolgungsjagden, die meist nicht beobachtet, geschweige denn gefilmt werden. Manchmal jedoch schafft es ein glücklicher Fotograf, solche sensationellen Momente festzuhalten. Einige dieser aufregenden Bilder schauen wir uns heute an. Warzenschwein entkommt einem Löwen. Hier ist der Moment zu sehen, in dem es zwei Warzenschweinen gelingt, auf spektakuläre Weise den Fängen zweier Löwen zu entkommen. Die Raubkatzen wurden vor einer Höhle im Kruger Nationalpark Südafrika gesehen, wo sie eine vierstündige Pause machten. Und jetzt seht euch das an. Sobald der Löwe am Höhleneingang kurz wegschaut, sprintet ein Warzenschwein aus der Höhle und bringt sich in Sicherheit. In dem Chaos, das sich daraus ergibt, entkommt ein anderes Warzenschwein, in dem es über den Rücken des Löwen rennt. Fotograf und Filmemacher Kevin McLaughlin beobachtete den Vorfall. Die Löwengruppe hatte die Mission, einige Warzenschweine aus ihrer Höhle zu holen, erzählte Kevin. Nach vier Stunden harter Arbeit und einem riesigen Energieaufwand, gingen die Löwen unvollendeter Dinge nach Hause. Die Antilope, das Krokodil und der Leopard Dies ist der dramatische Moment, in dem sich eine unglückliche Antilope aus den Kiefern eines Krokodils kämpfte, nur um in die Klauen eines hungrigen Leoparden zu geraten. Angela und Craig Weeks filmten die Szene auf einer Reise in den Kruger Nationalpark in Südafrika. Im Clip sieht man die Antilope zwischen den Kiefern eines Krokodils am Flussufer. Die Tiere kämpfen miteinander und tauchen schließlich im trüben Wasser unter. Von den Zuschauern ist ein gedämpftes Schluchzen zu hören, bevor die Antilope sanft und scheinbar unversehrt wieder auftaucht. Sie bemüht sich, an schlammige Ufer zu gelangen und während sie versucht, wieder zu Atem zu kommen, taucht aus dem Unterholz plötzlich ein Leopard auf. Das Raubtier pirscht sich an seine Beute heran und geht schnell zum Angriff über. Die Antilope befindet sich erneut in einem Kampf um Leben und Tod, aber diesmal gibt es kein Entkommen. Der Leopard schleppt schließlich den Kadaver der Antilope in seinen schattigen Unterschlupf. Bär entkommt einem Tiger Dieses faszinierende Video wurde von einem Reiseleiter im Todoba-Antari-Tigerreservat in Indien aufgenommen. Es zeigt den Kampf zwischen einem Bären und einem Tiger. In einem Bild warf der bengalische Tiger den 135 Kilo schweren Lippenbären zu Boden, sodass dieser vor Schmerz schrie. Als die Raubkatze müde wurde, ließ sie von dem Bären ab und jagte ihn vom Wasser weg. Bald darauf griff der 1,80 Meter große, nun verwundete Lippenbär den Tiger mit seinen langen Krallen und Zähnen an und schlug ihn in die Flucht. Dem Fotograf, Naturforscher und Reiseleiter Arpit Parek aus Palga, Indien, gelang es, diese unglaublichen Bilder aufzunehmen. Die seltene Begegnung fand nur 900 Meter von Arpids Fahrzeug entfernt statt und dauerte intensive 30 Minuten. Der Lippenbär zeichnet sich durch seine markanten Lippen aus. Darüber hinaus unterscheiden sich seine Krallen von denen anderer Bärenarten. Sie sind besonders lang- und sichelförmig. Adler gegen Fuchs Ein französischer Fotograf in Japan nahm Bilder einer Gruppe hungriger Riesenseeadler auf, die einen einsamen Rotfuchs angreifen. Auf einem gefrorenen See in der Nähe von Hokkaido, Japan, versuchen sie ihm seinen Fisch streitig zu machen. Der Fotograf Philipp Cabanel hielt den brutalen Kampf fest, der ausbrach, als die Tiere im gefrorenen Ödland um Essensreste kämpften. Der Fuchs, sagte Cannabell, habe den Fischern auf dem See das Essen gestohlen, aber die Adler entdeckten ihn, als er mit seiner Beute davonlief. Der Fuchs wich den gefährlichen Kreaturen vier- oder fünfmal aus und schließlich gelang es ihm, mit einem Fisch im Maul vor den riesigen Seeadlern zu fliehen. Der Riesenseeadler ist einer der größten Seeadler. Diese schwarz-braunen Greifvögel haben einen großen gelben Schnabel und ein sehr charakteristisches Aussehen. Hyäne entkommt wilden Hunden Dies ist der Moment, in dem es einer Hyäne gelang, einem Rudel wilder Hunde zu entkommen, indem sie in einen Fluss gesprungen ist. Die Hyäne war in der Nähe des Sabi Sand Game Reservats in Südafrika an eine Wasserstelle getrieben worden. Als sie von einem Rudel wilder Hunde umringt wurde, schien es schlecht, um sie zu stehen. Doch die Hyäne verteidigte sich und schoss dann wie ein Pfeil auf den Fluss zu. Dort wartete sie im Wasser, bis die Hunde verschwanden. Die dramatische Szene wurde von Mark Moll, einem australischen Wildlife-Fotografen, festgehalten. Er sagte, das Gluckern und Lachen der Hyäne, gepaart mit dem Knurren der Hunde, war sehr eindrucksvoll. Die Hyäne war auf dem Wasser gefangen, während die Hunde sie aus allen Winkeln bedrängten. Irgendwann biss die Hyäne einem der Hunde bösartig in den Hals, dennoch griffen sie ihn immer wieder von hinten an. Schließlich beschloss die Hyäne, ins Wasser zu springen, was ihr trotz möglicher Krokodile sicherer erschien. Wilde Hunde haben große Angst vor dem Wasser, weil sie es mit Krokodilen in Verbindung bringen. Also blieben sie auf dem Trockenen. Diese Spinne hat einen cleveren Weg gefunden, um sich ihre Feinde vom Leib zu halten. Sie baut eine gefälschte Spinne in voller Größe, um Raubtiere abzulenken. Dieses Verhalten könnte erklären, warum viele Spinnentiere ihre Nester mit bizarren Ornamenten schmücken, obwohl dies die Aufmerksamkeit der Jäger erregt. Tiere versuchen oft, sich zu tarnen. Stabheuschrecken sehen aus wie Zweige und einige Arten von Chamäleons passen ihre Hautfarbe an ihre Umgebung an. Andere Tiere versuchen, ihren Feind abzulenken. Ein Tintenfisch schützt sich vor Feinden, indem er Tinte mit einer Membran versprüht, um der Tintenwolke seine eigene Form und Größe zu verleihen, während er selbst heimlich wegschwimmt. Die Zyklosa mulmenensis-Spinne ist jedoch das erste Beispiel einer Kreatur, die eine exakte Nachbildung ihrer selbst baut, um Raubtiere zu täuschen. Die Biologen Ling Tseng und Jimen Tso von der Tunggai-Universität in Taiwan untersuchten diese Spinnenart auf Orchid Island vor der Küste Taiwans. Sie beobachteten, wie sie ihr Netz mit Pellets und Eiersäcken von der Größe ihres eigenen Körpers schmückte. Hier kann man sehen, wie ein entlaufener Bär einen Mann durch eine russische Stadt jagt. Der Mann telefonierte auf einem schneebedeckten Bürgersteig, als sich das Tier plötzlich näherte. Zunächst blieb der Mann überraschend ruhig, da die Bäre nur wenige Meter von ihm entfernt war. Das Raubtier, das einem privaten Zoo entflohen war, ging auf den Mann los und verfolgte ihn. Er überquerte die Straße vor einem entgegenkommenden Bus, der den Bären traf und verletzte. Das Filmmaterial zeigte auch Passagiere, die sich an einer Bushaltestelle zerstreuten, und Fahrer, die sich in ihre Autos zurückzogen, als der Bär auf sie zulief. Einheimische sagen, der verängstigte und verwirrte Bär sei etwa eine Stunde durch die sibirische Stadt gewandert, nachdem er aus seinem Käfig geflohen war. Nach einer leichten Verletzung versteckte sich die Bärin hinter Heizungsrohren in einem Industriegebiet, wo sie von Polizisten umgeben war. Antilope springt ins Auto Als eine Antilope von zwei Geparden verfolgt wurde, machte sie einen Sprung, der es in sich hatte. Das verängstigte Tier wurde vor laufender Kamera angegriffen und sprang in ein Auto voller Touristen, um den Raubtieren zu entkommen. In letzter Sekunde sah die Antilope eine Gelegenheit zur Flucht. Das Tier wurde zusammen mit seiner Herde verfolgt, als es bemerkte, dass es allein zurückgelassen wurde. Nachdem die beiden Geparden die Antilope in die Enge getrieben hatten, sprang sie in ein nahegelegenes Auto, dessen Fenster zufällig heruntergeklappt waren. Samantha Pittendrick filmte die Verfolgungsjagd, als die Antilope durch das Beifahrerfenster eines Toyotas vor ihr sprang. Sie sagte, wir fingen an verrückt zu werden, wir konnten es nicht glauben, wir hatten absolut keine Ahnung, was da los war. Diese grausame Szene könnte aus dem Film Alien stammen. Mitten in der Luft platzt ein Aal aus dem Magen eines Reiers hervor. Das Foto wurde vom Amateurfotografen Sam Davies in Delaware aufgenommen. Es zeigt einen Aal, der aus dem Bauch des Vogels herausragt, während der Reiher beiläufig weiterfliegt. Mr. Davies sagte, der Reiher schien sich nicht darum zu kümmern. Später wurden einige Adler und ein Fuchs gesichtet. Möglicherweise erwarteten sie später eine gute Mahlzeit zu haben, wenn der Vogel abstürzt, sagte Davies. Diese Aalart kann den Magen ihres Feindes mit seiner spitzen Schwanzspitze aufschneiden, die im Allgemeinen zum Graben verwendet wird. Diese Art der Flucht ist jedoch äußerst selten. Es ist ein großer Zufall, dass dieses Foto entstand. Davies nahm es mit seinem Teleobjektiv aus über 70 Metern Entfernung auf. Er teilte es kürzlich auf Instagram und bezeichnete es als sein Lieblingsfoto. Es war nicht klar, ob eines der Tiere überlebte, aber es scheint mir nicht wahrscheinlich. Wie lange würdest du mit einem Loch im Bauch und einem herauskriechenden Aal durchhalten? Bist du jemals einer Notlage entkommen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt auf deine Geschichte. Bis morgen zu einem neuen Top 10 Video.